Es ist eine Fähigkeit, die gewisse Leute mehr haben und gewisse weniger. Sie fokussieren sich jetzt ganz auf meine Stimme, respektive auf diese Entspannung. Und das kann man nutzen. Ich nutze das jeden Tag. Ich nutze es auch für meine Klienten in der Praxis. Und auch im Geschäft lässt sich diese Dinge auch nutzen. Das sind Leute, die sehr, sehr gut im Visualisieren sind. Sehr gut. Vielen Dank.